okay sind jetzt auch echt krass muss man sagen oder muss los oder muss ganz groß ganz groß bitte jetzt bauen so mein lieben herren ich bin gekommen in eurer stadt aufzuräumen ist mir ziemlich egal was ihr wollt das ding strott machen genau also ja das wird kompliziert jetzt muss ich zurück okay du hast das unheil gerade nochmal abgewehrt ja jungs okay ich stehe euch wieder auf aggressiv macht nur die dreck säcke weg mag ich nicht ich war gemein zu mir hier profitiert aber nicht von chemie ein skorpion kann sein leben schön oh nein okay im grunde habe ich aber jetzt schon eigentlich gewonnen auch wenn ich anerkennen muss die sind ziemlich und die geben nicht so schnell auf ich weiß nicht ob das so gut ist wahrscheinlich eher nicht ich bin ja nie weg also Was macht ihr denn da noch? Okay, du kannst dich mal langsam nach da oben verziehen. Schauen. Für die größten Herausforderungen sind sie eh nicht mehr. Zeit, die Belahrung vorzubereiten. Okay. Oh yeah, live and save. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. ausnahmsweise machen gegner die nicht ich bis zur hinterletzten ecke mit die bocken dann noch bekämpfen aber kämpfen wollen nein mach offen dem bums nicht packen offen dem bums machen hier kommt als verstärkungsmacht nach da du hast es überlebt klasse volles tuk tuk der muslimische tross befindet sich im innern der stadt wenn wir ihnen unsere gewalt bringt sind die muslime zum rückzug gezogen der der Ich bin bereit, ich bin bereit. Ja, ich bin bereit. Wo die Reine? Ich bin bereit. Oh ja. mal einen Holzfäller. Ihr könnt es auch mal übertreiben. Ihr solltet trotzdem darauf schießen. Mann, immer muss man doch selber machen. Brachen. Ok, der Ritter hat es noch geschafft. Hier wäre nochmal Gold gewesen, gut zu wissen. Oh yeah. Ihr könnt irgendwie hier hinkommen. Ich finde es interessant, warum ihr ihn immer noch nicht aufgeben könnt. Junge, ihr habt nichts mehr. Ja. Okay, ich frage mich, woher ihr die Dorfbewoner bekommst. Aber... Da? Ja. Oh ja. Da? Gefällt. Zert. 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 Gejört. Ich hab doch den Trost der Mauna erbeutet. Achso, ich muss die Dinger da hinbringen. Da sind die. Hallo? Die haben sich verpisst. Hey! Hey! Hey, hey! 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 Hey, hey! Hey, hey! Hey! Oh, hier werden auch so viele Speichengefäße. Weg gemacht. Mauchen wurden besiegt. In welchen Feind habe ich denn jetzt noch? Mich selber. Oh nein. Sie haben aufgegeben. Die waren schneller als wir. Schnell, hieß die weiße Flagge. Ich habe die doch jetzt. Hallo? Achso. Und sie waren schneller. Ich brauche mehr Tipps von ihnen. Damit wir auch genauso schnell uns zurückziehen können. Naja. Die Ritter sind das Herzstück des fränkischen Heeres. Doch Karl Martell wusste, dass seine Kavallerie, undiszipliniert und mit Waffen und Rüstung überladen, es nicht mit der Flinkheit der muslimischen Reiter aufnehmen konnte. Also befahl er den Rittern, abzusteigen und mit den fränkischen Schwertkämpfern einen dichten Schildwall zu bilden. Die Muslime hatten stets mit einer schnellen Offensive gesiegt, und so waren sie auf die fränkische Defensive nicht vorbereitet. Die Pfeile der Bodenschützen prallten von der schweren fränkischen Panzerung ab, und die leichte muslimische Kavallerie konnte die menschliche Kette nicht durchbrechen. Schwer mitgenommen, flohen die Invasoren zurück in Richtung Pyrenäen und in die Obhut Spaniens. Aus Karl Martells fränkischem Königreich wurde mit der Zeit das Heilige Römische Reich, was ihn zugleich zum Gründervater Deutschlands und Frankreichs machte. Ein Franzose, der Gründer von Deutschland. 483 Leute getötet. Einige. 83 Gebäude abgerissen. Mauern auch. Wahrscheinlich wegen den Mauern alle. 39.000 Nahrung, 18.000 Holz, 2.000 Steine und 15.000 Gold. Okay, ich gucke mir die Karte nochmal an. Hier hätte ich vielleicht was bekommen, weiß ich nicht. Hier wäre nochmal Stein gewesen. Ich hatte die Pflicht, aber gar nicht mal so schlecht, die Karte. Das hätte ich cool gefunden, wenn man hier noch irgendwie Unterstützung bekommen hätte. Machen ja extra hier schon mit dem Detailgetreu, dass man da was kaputtes Gebäude hat. Da hätte man eventuell noch irgendwie versteckte Einheiten finden können. Die ersten paar Versuche waren ziemlich mau, aber... Wo ich dann... Ich glaube einfach nur, um mich zu erklären... Ich wusste nicht, dass ich hier diese Wallmauern bauen konnte, schon in der normalen Zeit. Bin ich einfach jetzt nicht drauf gekommen. Ich war davon ausgegangen, dass ich nur diese Holzmauern machen könnte und... Ein Ritter, der rennt dann durch. Fünf Schläge oder so, dann ist es weg. Und gut, haben wir es dann doch geschafft. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann.